So YouTube, willkommen zu Geotestik. Wir wollen einen 30K Pinpoint Run machen mit unseren Standardeinstellungen. Fünf Runden, maximale Zeit. Wir gehen rum und gucken uns das an. Ich würde sagen, wir starten und ja, mal gucken, wo es uns hinverschlägt. Vielleicht nach Bangladesch. Das wäre eine sehr lange Runde. Mal rein da. Oh ne, Europa. Auf jeden Fall nicht der Schad. Irrwacht, okay, Niederlande nicht. Sieht doch viel zu gut aus. Eventuell irgendein Anrainerland, aber sieht schon... Headlore, jaja. Passt schon. Irgendwo bei Appeldorn. Ne, keine Ahnung. Werden wir mal gucken. Könnte fast... Cycling Head of Holland. Könnte fast, äh... Belgien sein, aber mit diesen komischen Sachen auch. Wollte ich gerade sagen, wenn da nicht jetzt Holland gestanden hätte. Aber ein schöner Fahrradladen direkt gefunden. Hier, das ist doch was für euch. Da könnt ihr mal eure Sachen kaufen gehen. Ich würde sagen, wir fahren einfach und dann kommen wir raus aus dem kleinen Dorf. Dann steht da ja dran, wo wir sind. Wobei ich sagen muss, Niederlande gar nicht so unattraktiv, nicht? Wegen auch Radfahrer, ähm, Freundlichkeit. Oh, da stand was dran. Omnisport, N344. Ring-Not-Ost. N334. 500? Das ist so weit. N3. irgendwo hier in der Ecke vielleicht N3 N3, okay, genau wo ich hingeklickt habe N344, wow es ist wirklich bei Appledorn es ist Appledorn Nordring, könnte das sein okay, habe ich ja gut geraten vorhin Denwärnd, haben wir denn hier Denwärnd oder Deventernd Arnhem Arnhem, haben wir wo ist Demwärndtem Debertem Deventer, das müsste eigentlich in die Richtung liegen also das liegt nicht in die Richtung da ist es okay, passt nicht okay, und wir stehen in der Zwofelsweg sehen wir den direkt? ich glaube nicht, oder? Zwofelsweg, das wäre zu einfach meinem Fahrradladen stand auch schon Appledorn ja ich wusste doch, dass wir in Appledorn sind ich habe da doch direkt hingeklickt ich habe es an den Wolken erkannt ich finde es aber nicht wir müssen mal also der Ring liegt im Südosten dann werden wir wahrscheinlich eher hier unten sein und wo starten wir? Irrwacht okay, wir sind ja direkt hier gestartet nicht? hier müssen noch stehen wie die heißen da Zweuseweg der Zweuseweg der verläuft Süd-Nord so ein bisschen das könnte der hier sein sowas ist aber nicht Europaweg Gravenweg was haben wir hier noch? Wimmersdorf Hermachlan Gildelan Hm Warum ist das jetzt so? Musst du so gemein sein zu mir spiel? Okay vielleicht wenn wir die größere andere Straße finden Larkonikstraat werde ich jetzt auch nicht finden oder? Das war ich ah ja okay oh Swofelsweg stimmt das hatte ich auch gesehen warte mal vielleicht hier können wir jetzt über das Schild besser eingrenzen also klar die das Zentrum liegt südwestlich ah aber warte mal wenn das Zentrum südwestlich naja gut die 344 liegt halt komplett um die Straße äh Stadt rum nicht ich hätte natürlich gedacht weil das südwestlich liegt ähm aber vielleicht sind wir hier südwestlich das würde ja das würde besser passen nicht Zwofelsweg da haben wir ihn doch alle Zwofel wurden ausgemerzt aber sind wir auf dem Ude Zwofelsweg oder auf dem Zwofelsweg ich zwofel doch noch ein bisschen naja bei Wingsinn haben wir Königsstraat okay da ist der Zwofelweg Ecke Königsstraat da haben wir es doch neue Sattelstütz ist jetzt auch dran das steht meintest du eben ja ich muss ja auch die Spannung ein bisschen aufrechterhalten wir können ja nicht sofort durchhuschen nicht wahr okay wir stehen aber vor der Ehrewacht und die ist Richtung Osten hier da stehen wir Ehrewacht 5 5 25 bin der Meinung ich hatte eigentlich davor geklickt aber wenn man ranzoomt steht man denn doch nochmal ganz woanders nicht und damit haben wir Runde 1 geschafft und es geht weiter mit Runde 2 oh schöner Ausblick spontan würde ich Italien tippen ohne weitere Kenntnisse zu haben aber es wird doch schon sehr kalt hier wird es in Italien so kalt vielleicht wieder in der Schweiz um in den Bergen italienische Alpen oder sowas könnte das hier sein sehr runtergekommen Pension Hamrak okay ne doch eher Osteuropa und dann sind wir in Slowakei naja ist ja fast oder Tschechien nicht eins von beiden Boystar Verjapit über die 219 die teilen sich zum Glück ein Nummernsystem deswegen kann man da dann und die haben wenigstens jede Straße nur einmal also das ist schon mal sehr genial und um die Städte nicht jede Stadt hat so ein eigenes Nummernecken System Nordprag ist 200 guckt mal 240 219 219 28 28 36 hier kommen die Hunderter hier kommen die 600 hier sind wieder Hunderter naja gut man weiß halt nicht wo die Stadtgrenzen hier aufhören genau aber es ist auf jeden Fall wesentlich einfacher sich hier zu navigieren 240 265 ne da geht es eher hoch da müssen wir 275 223 wo geht es denn runter mit den 200 dann hier 231 215 wo ist jetzt die 219 sei doch nicht so gib sie mir wo ist sie 229 205 201 221 ah ich hasse es wo sehen wir irgendeine der Stadt Kalawai zu dem Bild im Discord mit Kilogramm und ABS das kommt davon wenn die Gehirnmasse abwandert und sich neue Masse in den Arm aufbaut Kalwari ist Karlsbad danke ok aber das macht ja auch Sinn das ist da da wollte ich eigentlich in Urlaub hin haben wir nicht geschafft leider was haben die denn hier für eine Nummer 222 ja 221 da ist die 219 wow so dicht bei Deutschland da guckt man immer als letztes nicht krass das ist ja wirklich fast Deutschland Bosi da das ist natürlich das Problem nicht Google zeigt mir jetzt die deutschen Namen an Bosi da Bosi da ist Bernstein vielleicht irgendwie so ne so ne sache nicht also wenn ihr es lesen können wäre hier tier tier wenn das irgendwas sinnvolles ist ok aber die geht nur da oben also geht hier los Beringen könnte Bosi da sein auch aber die startet hier das ist der Startpunkt zreck Gottes Garp Böhmisch Wiesenthal Böhmisch Hammer ich meine wir sind auf der 219 von daher gibt es eigentlich nicht viele Optionen und die geht nur hier lang so können wir eigentlich ja wirklich nur auf diesem Stück hier sein außer dass es so eine die hier unten nochmal losgeht das auch manchmal nicht die setzt dann so aus und dann macht sie nochmal hier hinten so eine Kurve oder so aber eigentlich eigentlich nummerieren die dann nochmal neu durch eigentlich kann man eine Straße immer komplett verfolgen nur manche anderen Länder machen das oder ich sehe irgendeinen Abzweig nicht das kann natürlich auch passieren oder die laufen übereinander das ist natürlich auch ganz oft ein Problem oder steht nur nicht dran aber das hier ist eine 21 okay äh ja jetzt haben wir einfach nur eine Sprachbarriere nicht wahr dann ist das hier irgendwie Erzgebirgeecke Pohoda spätestens bei Kruzovic hätten wir es jetzt auch gewusst das die 219 okay dann fahren wir jetzt mal raus oh war da eine Karte wartet wartet war da eine Karte war da schon wieder eine Karte ah ich dachte da ist eine Karte drauf man manchmal hängt an so den Dingern ja eine Karte Kowaska Schumotow Schumotow Boah also von den Höhen her würde es auf jeden Fall hier passen nicht Oberwiesenteil kennt man auf jeden Fall Schumotow es könnte Schumotow sein äh 39 Kilometer von Karlsbad ist halt nicht so leicht ich kann zwischen 20 und 50 machen also 10 Kilometer wäre ungefähr das hier 10 20 30 also wären wir halt hier irgendwie das auf Kowaska da ist es doch dann sind wir hier in Böhmischhammer gerade wo ist Bozzi da denn ist Bozzi da doch hier Bärenstein wenn das hier nicht hinten irgendwie Bozzi da heißt Schumotow ist egal nicht das ist viel zu weit weg hier ist auch Christophhammer gut dass Christophhammer Bärenhammer alle beieinander sind da fühlt man sich gehämmert neben Böhmischhammer und der Lachsmühle Radweg ist leider schade dass die Radwege nicht eingezeichnet sind aber sind wir über eine Schiene gefahren habe ich jetzt nicht gesehen das heißt nicht über die Straße dann sind wir hier vielleicht aber selbst dann wären wir auch über eine Schiene gefahren habe ich die Schiene geskippt oder ist die unter uns im Tunnel weil hier sieht es nicht aus wie eine Schiene vielleicht stehen wir noch vor der Schiene sind ja nicht so weit gefahren das kann natürlich auch sein da ist die Schiene oder ja da steht auch Hammer irgendwas mit Schex Schechig Hammer okay das heißt die habe ich übersehen und wir stehen jetzt wo sehe ich die Brücke ich sehe die Brücke okay dann stehen wir hier wahrscheinlich da können wir nämlich reinfahren okay wunderbar und ich logge ein oder beim 1,72 sehr gut das läuft doch wie am Schnürchen und damit in Runde 3 Steps okay schon wieder irgendwo Osteuropa ich würde sagen Ungarn nicht ja hat er dahinter stand irgendwas wichtiges oh man dieser LKW fahr doch mal weg 69 in Bratislava irgendwas mit Baris Ljovka irgendwie so 69 vielleicht filmen wir die oder ist das ja was nee nee muss aber warum ist die da also mich verwirrt nur dass die da blau ist normalerweise ist die hier auch grün dann äh blau 67 68 steinhammer tja ich seh wieder alles außer das was ich sehen will hier geht's eher runter an dem See ist man auch echt oft muss man mal sagen kann auch sein dass die 69 nur so ein mini zubringer ist irgendwo manchmal gibt's hier so ein so Stück und das ist dann irgendeine Nummer dann natürlich beschissen 88 86 89 mhm oder die 69 ist auf einmal ganz wo anders man wo sind die 6 hier ist die 7 das die 6 hätte ich erwartet dass die eigentlich ja hier hinter der 68 abgeht das heißt 69 gibt's gar nicht in Ungarn rum rumänien 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 ist das hier nicht ok wir müssen weiter fahren hawaii bei 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 kleinanzeigen gibt es eine neue rege wenn man mehr als 30 sachen verkauft oder mehr als 2000 euro im jahr melde kleinanzeigen das finanzamt da gab es zwei beispiele das erste ab 30 verkäufe da ist die beispielperson leer das beispiel ab 2000 euro ein name ist die beispiel person sammet frage wollen die mit den sammet irgendwas andeuten warum verstehe ich jetzt nicht verkauft der samen oder albert supermarkt wow und dann so ein pracht gebäude hier aber ja das mit den regelungen ist ja schon es hat mir ein neuer thema ab wie viel zählt das dann ist das wings immer klar formuliert das ist natürlich gut weil im gesetz heißt es ja immer nur regelmäßig was ist denn regelmäßig so was ist wenn ich eine haushaltsauflösung habe dann tschechien das ist tschechien okay hätte ich nicht erkannt weil die also warum ist man noch zweimal hintereinander in tschechien das nervt mich auch sowas denn ich denke definitiv nicht dass ich zweimal hintereinander im gleichen land lande das erklärt aber auch warum das nicht grün war aber mit den dingern darüber sah es definitiv ungarisch aus 58 68 erklärt aber auch warum es keine 69 gab jetzt sagt nicht dass es hier auch keine 69 gibt dann drehe ich durch 59 58 wahrscheinlich ist es slowenien deswegen ist es nicht tschechien ich mein slowakei geben 64 65 70 78 muss ja irgendwo in der Grenzeecke sein eher würde ich vermuten dann 64 75 63 62 72 72 Ich meine, dass das Autohaus über die Grenzen hinweg aktiv ist, aber würde man in Slowakei Werbung mit tschechischer Domain machen? Das ist die 69. Nein, würde man nämlich nicht. Das ist nur so eine kleine Piss-Übergangsstraße, sag ich doch. Okay. Einen Fluss hatten wir, oder? Bei 2000 Euro dickes Geld und so weiter. Aber verstehe ich immer noch nicht. Warum Summit und 2000 Euro dickes Geld? Da kriege ich den Zusammenhang nicht hin. Ost-West? Müssen wir ja hier irgendwo sein. Kommt da ein Kreisverkehr? Nö, aber ein Bogen. Ost-West ist auch... Wir sind doch eher denn hier, nicht? Wie heißt denn die Straße hier? Hat die Straße hier einen Namen? Oder die Seitenstraße? Ah, und da geht's los. Die haben nämlich oft keine Straßennamen dran stehen. Das ist echt... Wer soll denn hier herausfinden, wo man ist? Wenn man Glück hat, hat irgendein Haus den Straßennamen dran stehen. Voll beschissen. Hausnummern haben sie immerhin. Vielleicht da oben? Hm, komme ich nicht hoch. Okay. Ach, wir sind wieder hier. Ich fahr gerade rückwärts. Egal. Albert-Supermarkt. Vielleicht hilft der. Ich glaube, hier ist noch zu viel los. Haben wir beim Start irgendwas gehabt, was markant ist? Ja, Stepska. Vielleicht sehen wir die ja. Wir sind doch nicht über Schienen gefahren, oder? Und über so ein großes Kreuz sind wir auch nicht gefahren. Eigentlich können wir ja nur... Hm. Aber wir sind auf der Großen. Hinter uns kommt... ...ne Kirche. Das Stepska. Wir stehen wahrscheinlich an irgend so einem dummen Ding hier. Und das muss doch auch irgendwas Großes sein, dass man hier als Landmark hat. Das ist Albert. Aber das ist Stepska. Das ist Stepskanska. Ich meine, vielleicht sind wir gar nicht hier, nicht? Es gibt ja noch eine andere Stadt. Es wird auch noch wie Nioska in Frage kommen. Haben wir hier einen Albert? Hm. Passt aber auch nicht so 100 Prozent, oder? Hier steht wieder kein Straßenname dran. Ich meine, die beiden Kleinen wären auch noch eine Option. Können auch in den Liptal stehen. Die haben auch alle auch noch einen Fluss. Ja, klasse. Hier stehen gar keine Straßennamen dran. Was ist denn das für ein Scheiß? Weil die wahrscheinlich keine Straßennamen haben. Wie finden die sich bitte? So eine Kacke. Ah, hier geht's nicht rüber. Hm. Aber wir fahren einfach mal hier lang, oder? Ja. Okay, nicht vorlesen. Okay, Tschechien. Ah, okay. Den Zusammenhang hätte ich einfach gar nicht in meinem Kopf gebildet. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Smetana. Eine Tankstelle. Das ist nicht schlecht. Penny. Oh, auch gut. Das Dorf ist aber relativ lang gezogen. Vielleicht sind wir in diesem Ausläufer. Okay. Okay. Und da vorne muss ja auch irgendwo der, der Museum Jelenik Viovice da steht's dran. Doch, Viovice. Dann stehen wir vielleicht wir sind ja auf der 69 da müssen wir hier stehen. Ah, da ist noch ein Fluss. Wo ist die Stepsgar? Gibt's halt nicht. Ich mein, hier sind die alten Gebäude. Da ist der Albert. Hier wird die 49. Der können wir eigentlich nicht stehen. Das passt schon, dass wir jetzt gerade hier rumfahren. Und hier geht's zum Museum oder so irgendwo. Hier. Da sind wir gerade. Okay, das hilft mir also nicht mehr weiter. Wir wissen, da ist die 69. die kurz davor ist, auf was zu führen. Und da ist der Fluss. Das heißt, eigentlich können wir ja wirklich nur hier ist der Fluss direkt. Der geht Süd-Nord. Ja, nicht ganz. Der geht Ost. Süd-Ost. Ja, das ist schon der hier. Aber dann stehen wir vor dem Fluss. Das ist die Rinki. Die andere Straße gibt es aber gar nicht. Das macht mich so stutzig. Und der LKW steht halt im Weg. Das ist total bescheuert. Also die Straßensituation, wie sie auf Google abgebildet ist, gibt es nicht. Und hier kommen die zusammen. Das sieht hier auch nicht so aus. Also entweder haben die alles umgebaut und da ist der Albert dann, nicht? das ist das ist aber erst hier. Aber stehen wir da, Steps Cup. Wir fahren so rum. Aber selbst dann gibt es diese Situation gar nicht. Müsste ja hier jetzt Straße rechts links gewesen sein. Ah, doch, das ist eine Straße. Da, guck mal, Rikner. Boah, die habe ich ja gar nicht wahrgenommen. Boah, Rikni. Okay, Finish. Zwei Meter. Wir haben es geschafft. Und damit Runde vier. Tous les jours. Okay. Ganz kurz. Oh, wir sind in Frank Japan, Taiwan. Südkorea. Süd, er, es wechselt immer. Ich finde, ich kann es einfach nicht auseinanderhalten. Dreammarkt. Als für Japan ein bisschen zu runtergekommen. Würde eher auf Taiwan tippen. Avalon English. Amigo Taco. High Dog. Südkorea so. Okay, von den Autos her könnte es eher passen. Ich meine, es sieht ja auch bei uns nicht überall schön aus. Von daher ist es schwierig, von sowas einzugrenzen. Stehen aber Rongo Il, denn es Südkorea. Das sind doch südkoreanische Straßennamen, oder? 10 Euro. Ja, okay, Südkorea. Hier sind zu markant, die Straßen steht da. Beon Il, keine Ahnung, hier sage ich irgendwo erst mal. Wir fahren aber mal da in die Richtung. Die große Straße entlang. Da sieht es aus, als ob es rausgeht. Da kann ich nicht langfahren. Okay. Dann fahren wir einfach da in die Stadt. 2 Meter sind 1,99 Meter zu viel. Ey, ey, ey. Ich habe schon 0 Meter geschafft. Aber es ist auch immer die Frage, wie genau hat derjenige den Pinpoint gesetzt? Und von wo geht man aus? Vorder Auto, Mitte Auto? Okay, aber so eine richtig kleine Stadt scheint es ja nicht zu sein. Aber gut, vielleicht sind alle Städte da ein bisschen überdimensionierter. Das ist ja süß aus. Ich bin eine kleine Mais-Potato. Iss mich. Yellow Corn. Oh, jetzt kann ich hier nicht weiterfahren, oder was? Da ist doch das Autobahn-Schild. Lass mich doch da hinfahren. So eine Scheiße in Südkorea kann man oft nicht weiterfahren einfach. dann halt in die Richtung. Da ein Tunnel. Hä? War da nicht gerade ein Tunnel? Es sah so nach Tunnel aus. Kann nicht mehr zurück. Wir sind für immer hier rüber gefahren. Ich glaube, das sah nach Tunnel aus gerade. Da ist ein Schild. Komm. 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 Sage mir, wo wir sind. 20 in Schilpo. In Oh mein Gott, die 20 ist irgend so ein pief kleine Straße im Nirgendwo in irgendeiner Stadt. Und hier ist die 30 das die 60 das die 20 Schilpo hier sind wir krass okay do not disturb bitte nicht stören der ist gerade im Feierabend Kaffee do not disturb ja da gehe ich auf jeden Fall was trinken so aber Schilpo in die Richtung geht es ja nur wo geht es noch hin nach Jeanne de Song und Handong Univ Handong Univ Hadodong Jan Seong weiß gar nicht wo die 20 lang läuft bis hier nur ne ab hier erst oder so und das Schilpo liegt östlich irgendwo hier aus diesem Klamauk Pohang oder so kommen wir raus kann das sein also irgendwo aus diesem Stadtgebiet hier Pohang liegt nördlich ja dann kommen wir hier raus okay wir haben hier unseren Straßennamen wo stand der da vorne das war ja eine recht große Straße wo ist es hin bin ich von die andere Seite lang gefahren ich glaube äh äh Straßenschild Südkorea wo du bist da oben äh das werde ich nicht lesen können shit das ist doch gemein gibt es hier noch eins auf der Seite natürlich wieder nicht kann ich das da Tangadegro Tangdikro Jongoro Tang Tang Tanjik Tang Tange Tanjik Jung Ho Jung Ho Jandik Zhang Shishang Jung Ho die heißen alle so Zhang Di Zhang Ho Zhang Zhang Shishon okay hat bei der Firma wo wir heute gearbeitet haben auch jemanden gefragt und sein Kollege meinte nur er sei noch bis 13 Uhr in der Pause es war aber schon 13 Uhr 18 ja so muss es doch sein ich meine solange es niemanden auffällt was haben wir hier Yang Yang G Doc okay Yang G Doc nicht Yang G Shon Yang G Doc nicht Da H E Yang G Doc ich hoffe ich bin ungefähr in der richtigen Ecke Wenn ich dass es so eine Straße ist die auch ewig lang geht Yung Khoi Yung Khoi Yung Hoi Yung Hoi Yen Yenu Yil Vielleicht hier unten Shio Lang In der Nähe sollen zwei Universitäten sein R Universität ist hier oft auch einfach nur so eine Außenstelle nicht weiß nicht ob die großartig auftauchen ich meine hier wäre Mittelstufe Grundschule Grundschule öffentliche Bücherei Grundschule Hier ist Yung Gang Ich meine wir wissen wir sind an der 20 wir können auch hier oben drin sein Yung Seon Wir sind Yang Gedok Yang Gedok hier Da haben wir es Und jetzt Yang Gedok Yang Gedok ohne Rho ohne Beon Il Also die Hauptdings davon Hier Yang Gedok Und da ist Yang 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 Gong Rho Okay Hier ist eine Grundschule Oh ja Universitäten Da ist eine Universität Passt sogar Dann wird es woanders noch eine geben Und da ist Pohen Warfare Center Gut Und wo stehen wir jetzt genau vor dem Toulé Jure Finden wir den Laden Ist der hier Schreibwarengeschäft Bascar Robbins Dream of Octopus Nordosten Das heißt der müsste ja hier sein Tour Le Jure Bäckerei Würde ich fast sagen stehen wir hier oder Ist das eine T-Kreuzung Ja Dann stehen wir hier Das passt halt sehr gut Was haben wir da noch Aber das müsste auch ein abgeschrägtes Ding sein Ist es nicht Ah Warte mal und die ist nach Osten Ne ist richtig Nach Westen kommt nichts Was ist da drüben Verbrauchermarkt Kann sein Von den Symbolen her passt das nicht wirklich oder Okay wir müssen nochmal Also nach Norden kommen wir an die Yongidou Road Das passt das ist unsere und seitlich ist hier die schenoma i so das heißt wir sind auf der falschen Höhe aber die 46 wir sind auf der 62 90er scheiße die ist nicht eingezeichnet doch hier 72 hier also doch da auf der Seite heißt es Shinoma Ro 72 Bion Jill Okay Und Finish 5 Meter 41 Klappt doch Okay Die Bäckerei war ausschlaggebend genug und damit Runde 5 Oh ja Ihr könnt euch zurücklehnen 1,5 Stunden Spaß in Indien Darauf sage ich Prost Ich wollte eigentlich keinen Fußball heute haben wegen der EM und was sehe ich da WM oder EM 2022 toll man kann sich dem irgendwie nicht entziehen selbst mitten in Indien oder Bangladesch im Nirgendwo ja so ist es halt ähm tja special badge okay wir sind in Indien würde ich sagen sonst würde da nicht englisch dran stehen bin ich fast der Meinung ja vielleicht sehen wir irgendwo eine Flagge eine grüne mit rot Militärfahrzeug zum Glück sind wir in einer relativ großen Stadt und da wird Englisch gesprochen das heißt wir haben eventuell also das wird doch nicht so eine lange Runde guck mal da da steht schon wir sind in Kalispur Kalculuna okay jetzt müssten wir nur noch wissen welcher Landkreis das ist Kalispur ist das eine vermummte Frau in Indien ja aber haben die nicht auch Islam und sowas also sind doch die Religionen sind ja nicht an Länder gebunden oder ich glaube du hast überall irgendwelche entsprechenden Religionsarten guck mal da oben ist eine argentinische Flagge also Bangladesch sind wir oder das ist die Botschaft von Bangladesch in Indien oder das ist eine 7-Up Werbung das kann natürlich auch sein BRTC ich glaube in die Richtung wird es eher schlechter mit den Hinweisen Architecture MBA da Opposite of Government Hasi Mohat College Kuluna Kalishpur vielleicht sehen wir Kulna 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 wir sind doch in Bangladesch Kulna ach warte mal Kalishpur da waren wir doch beim letzten Mal ich erinnere mich da waren wir nämlich irgendwo auf der Straße nach Kulna zwischen zwei anderen kleinen Orten Kulna ist nämlich die Region und das war irgendwo hier oben oh wo waren das Kulna ist nämlich relativ groß Kuschita hier ist Yendana das war so eine relativ gerade Straße zwischen den beiden Kalidashpur nicht dass es falsch geschrieben war Kalikashundi Kulna Kulna ist halt echt eine große Region das macht es nicht leichter ich glaube das war irgendwo um die diesen Ort hier Kalishpur aber gut es kann auch Kalishpur gewesen sein oder Kalishpier nicht das ist wie Schall und Rauch Kalishkashundi okay müssen wir noch mal eine bessere Adresse finden aber es ist auch schon ganz gut da haben wir ja 90% der Arbeit schon hinter uns jetzt die Stelle dürften wir auch durch das Government Gebäude sehr gut eingrenzen können dann am Ende ich glaube da ist ein College aber keine europäische Adresse drunter schade hat er auch nicht er ist auf dem Fußballplatz oder so oder im Park gegenüber das würde man auf der Karte denke ich auch erkennen ich glaube ich fahre in die andere Richtung eher nicht hier fahre ich raus hier hier kommt nix hier ist hier ist Murks würde ich sagen wenn hübscher Murks teilweise Schien okay das war jetzt wichtiger Murks Schien die nach Nord und Süden verlaufen es gibt nämlich hier äh dann dann scheint das hier irgendwo an diesen Schienen zu sein weil so viele unendliche Schienen haben die nicht ich meine das würde vom Namen her halbwegs passen aber es zu klein oder ich glaube nicht dass da ein Regierungsgebäude drin ist wobei ich glaube eher das ist nochmal woanders und das ist nicht falsch geschrieben Poder Basar Kushita und dann gehen die rüber und da ist nicht mehr Kalipur nicht nicht mehr Kulna oder wie das hieß gut aber wahrscheinlich wird es noch irgendwo eine zweite Schiene in Kulna geben hier Kultipur aber das liegt in Indien das wird es also auch nicht sein aber gut eine Schiene die nach Nord-Süd läuft ist schon mal gut wir sind in der also entweder ist das eine große Stadt oder eine sehr große Anhäufung von Einzelgebäuden hier sind die Straßen auf jeden Fall wieder besser aber natürlich wenig europäische Sachen das mit gegenüber vom Government Gebäude das war eigentlich das Beste was wir hier haben konnten ahja Fußball in welche Richtung bin ich eben weiß es nicht mehr machen denselben Fehler einfach nochmal denselben Fehler denselben Fehler nochmal South Summit International School auch sehr gut Kulna vielleicht sind wir auch direkt in Kulna und das andere ist ein Stadtteil wieder so wie vorhin das könnte natürlich sein was würde auch das Regierungsgebäude erklären brasilianische riesige Flagge okay dann gucken wir doch mal nach Kulna Rhein nicht dass ich umsonst suche habt ihr denn eine Schiene in Kulna wenn hier keine Schiene ist wir haben eine Schiene die verläuft nur nicht Nord Süd richtig was die die an der Straße langläuft die hatten wir eben schon mal die hier rum geht genau ab hier habe ich die verfolgt wo geht die hier weiter hört hier auf okay ja Straßen haben und so was brauche ich nicht versuchen herauszufinden Driving Training College jetzt hat immer die Frage ist mit Kulna die Stadt oder die Region gemeint wollten morgen eigentlich Rad fahren und jetzt schüttet es wieder wie aus Eimern ich wollte morgen auch Rad fahren mit euch ich habe alles geladen also Sonntag ist auf jeden Fall Öko fest da werde ich hingehen und wenn es regnet dann werde ich mal gucken ob ich mich irgendwie einpacke aber ich werde unbedingt ich hoffe die haben wieder Essen bin der Meinung beim letzten Mal gab es da Essen und ansonsten ja mal gucken oh das ist ja geil das sieht ja richtig fesch aus sowas sollte es viel öfter in Städten geben oder das lockert das Stadtbild total auf macht total Bock da rein zu gehen und wenn es nur ein Parkeingang ist finde ich total klasse da ist ein Abzeug in der Schiene in der Stadt hast du recht der einmal rumführt ins Nirgendwo aber der ist Nord-Süd hilft uns ja trotzdem nur nicht Kalli Spur es hilft uns danke okay aber so auf wie Kulna dran stand und so groß wie das ist das könnte der Kreisverkehr hier sein wo wir ranfahren hier ist das College Building glaube ich und das ist der Park wenn jetzt hier das Government Gebäude steht MR Tower das war doch die Adresse die wir hatten oder First Class Government Contractor Supplier Housing State Housing State passt Kalishpur Housing State also da sind wir Kalishpur Kulna okay Kulna bedeutet in dem Fall diesmal die Stadt ich glaube bei Indien würde das die Region nur angeben um die Stadt äh und dann war hier doch noch eine Adresse ein paar Meter weiter waren die äh hinterm Bus oder ah ne hier da das Government Gebäude aber ich kann halt nicht erkennen was das hier ist und wenn wir starten ist das in welche Richtung südlich von uns ja wir stehen vor einer Straße können wir in die oh in diese Straße reinfahren was kommt denn da na Minister hier Minister Refregator LED TV okay es ist eine Werbung die hilft jetzt nicht weiter Sunflow's Nursery School Sunflow Nursery School ja okay wir stehen genau hier und zwar ein Stück südlich Finish 4 Meter 14 Bangladesch in Rekordzeit würde ich sagen und damit gucken wir in die Ergebnisse und wir haben 30.000 Punkte wir waren in den Niederlanden 7 Minuten 8 Minuten in Tschechien 14 Minuten in Tschechien wir waren in Südkorea 11 Minuten und Bangladesch 13 Minuten starke 56 Minuten ich würde sagen das haben wir gerockt und weil es noch so kurz ist machen wir noch Fun West Flag bis ich 4 Flaggen habe antarktische französische blablabla Gebiete wo sind sie da ähm Sierra Leone boah Tschachikistan Mauretanien okay Luxemburg wo bist du ah da unten und boah arabische Emirate haben die schwarz links ich Oman Jemen boah irgendwas hier unten aber es sind die Vereinigten Arabischen Emirate und damit habe ich die 4 geschafft und ich würde sagen damit geht's zu Ende wir haben 30.000 Punkte bis zum nächsten Mal bei Geotesting